So Leute, der Spot läuft. Der Bräu von Schönbrunn ist wieder da. Ich möchte mich bei euch für das Jahr 2014 bedanken und hiermit abschließen. Und ich möchte mich gemeinsam mit euch auf das Jahr 2015 freuen, wo die Langbräu die Sau wieder rauslassen wird. Eins müsst ihr euch merken mit der Langbräu, da läuft es ihm einfach. Wir bedanken uns bei euch und wünschen fröhliche Weihnachten. Prost!